Also Kaffee. Kaffee schmeckt in Italien viel besser als in Deutschland. Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Es gibt immer so ein paar Sachen, wenn Kunden zu mir kommen, die mich innerlich immer ein bisschen so zum Schmunzeln bringen. Das heißt immer diese Pauschalaussage, ja, egal wohin ich in Italien fahre, selbst in der übelsten Spelunke an der Autobahn ist der Espresso immer deutlich besser als hier in Deutschland. Und das kann man auch mit den Kaffees, die man hier so kaufen kann, überhaupt nicht vergleichen. Deswegen kriegt man zu Hause auch keinen gescheiten Espresso hin. Wenn man sowas haben will, dann muss man auf jeden Fall nach Italien. Ja, da muss ich immer viel tief Luft holen und jetzt da nicht, sag ich mal, böse werden oder sarkastisch werden, sondern einfach dann überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und wie versuche ich dem Kunden das jetzt irgendwie so beizubiegen, ohne dass er jetzt irgendwie beleidigt ist an der Stelle? Und ich bemühe da immer ganz gerne, sag ich mal, eine Metapher. Und zwar die Metapher des Essens. Also der Herr oder die Dame geht in Italien in ein schickes Restaurant, lässt sich da bekochen, La Dolce Vita, das perfekte Essen, wunderbar, alles toll, tolle Urlaubserinnerungen. Dann kommen sie nach Hause, kaufen sich eine Dose Ravioli, machen sich die zu Hause warm und sagen, siehste, italienisches Essen schmeckt halt nur in Italien gut. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Wenn man sich selber daheim keine Mühe gibt, wenn man sich selber mit dem Thema nicht auseinandersetzen will, wenn man da irgendwie, ja, so ein, ich sag mal, Billiggerät an Vollautomat und Discounterkaffee irgendwo reinkippt, ja, wie soll das denn irgendwie eine Qualität erreichen, frage ich mich. Und deswegen finde ich das halt auch mal ein bisschen ungerecht, solche Pauschalaussagen zu treffen, dass jetzt woanders irgendwo ein bestimmtes Produkt deutlich besser ist als in der Heimat. Das stimmt so gar nicht. Gebt euch ein bisschen mehr Mühe und ihr werdet auch, sag ich mal, dieses Italien-Gefühl bekommen, kauft euch einen anständigen Kaffee, wählt die richtige Zubereitungsart, die euch, sag ich mal, an Italien erinnert und ihr werdet sehen, so schlecht ist das hier gar nicht.